Heidi Klum Einblick in Vorbereitungen für die Interim-Jubiläums-Ausgabe Heidi Klum machte ihren Urlaub mit ihrem Gatten Tom Kaulitz zu einer angenehmen Zeit. Doch ihr Blick ist fest auf die kommende Staffel von Germany's Next Topmodel gerichtet. In den letzten Tagen hat uns Heidi Klum, 51, auf Instagram regelmäßig mit Einblicken in ihrem traumhaften Urlaub mit Ehemann Tom Kaulitz, 34, versorgt. Diverse Clips zeigen sie fast ohne Bekleidung am Strand oder in schicken Badeanzügen, während eine Bilderserie sie zusammen mit ihrem Ehepartner zeigt. Beide lächeln gebräunt in die Kamera. Aber Klum entspannt sich nicht nur, sie nimmt auch ihre beruflichen Pflichten wahr. Heidi Klum ruft zur Teilnahme an GNTM auf. Ein Instagram-Video zeigt sie scheinbar direkt nach dem Duschen. Darin verkündet sie, ich freue mich so. Ich habe endlich eine E-Mail von ProSieben bekommen, mit den ersten Casting-Videos von euch. Die gucke ich mir jetzt erst einmal an. Anschließend sieht man Klum vollständig bekleidet vor ihrem Laptop, während sie ein Video eines GNTM-Kandidaten abspielt und pausiert, um einen Appell in die Kamera zu richten. Schickt mir euer Video. Ich sitze im Urlaub, gucke mir aber trotzdem alles an. Alle können wieder mitmachen. Aber du musst 18 Jahre alt sein. Seid ihr 51-Jährige? Vielleicht sehe ich dich ja zu meiner 20. Jubiläumsstaffel. Ich freue mich drauf. Mit dieser Ankündigung unterstreicht Klum erneut, dass nicht nur Frauen, sondern auch Männer sich bewerben dürfen. Heidi Klum sucht seit 2006 nach Germany's Next Topmodel. Lena Gerke, 36, war die erste Siegerin und seitdem gibt es jedes Jahr eine neue Staffel. Besonders seit der 16. Staffel von 2021 hat sich die Casting-Show auf mehr Vielfalt ausgerichtet. Inzwischen wissen die Zuschauer hoffentlich, dass GNTM nicht blond und blauäugig sein muss. Diversity liegt mir sehr am Herzen. So Klum vor dem Start der Staffel. In Staffel 17 stand erneut das Thema Diversity im Mittelpunkt. Mit Models von 1,54 bis 1,95 Meter Größe, Kleidergrößen zwischen 30 und 54 und einem Altersbereich von 18 bis 68 Jahren. Es gab auch in Staffel 18 Best-Arger-Models und in der bislang letzten 19. Staffel fiel dann auch die Geschlechterbeschränkung. Zum ersten Mal konnten Männer teilnehmen und Klum kürte am Ende einen Gewinner und eine Gewinnerin. Germain ist der erste männliche Gewinner der Show und gleichzeitig das erste männliche Model auf dem Cover der Habers-Bazaar. Er hat das Cover und den Titel, zusammen mit der Siegesprämie von 100.000 Euro, ebenso wie die Gewinnerin Lea erhalten. Wie ProSieben bereits Mitte Juni bekannt gegeben hat, können alle Interessierten sich auf HTTPS www.rezerven.de.gntm20 Für die kommende Ausgabe der Model Casting Show anmelden. Die Bewerbungsfrist soll am Samstag, den 31. August 2024 enden. Kiatto M-Spot